Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer ZockAndy. Wir spielen heute Heal Them All, unser Tower Defense und wir sind hier mal alle Sterne in der, nennen wir es mal die zweite Kampagne. Und ja, mal schauen wie wir da klarkommen. Wie viele sind da überhaupt? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Das heißt insgesamt haben wir 40 Missionen. So, dann schauen wir gleich in die Elfer. Was gibt es hier? Hier gibt es was Neues. Single Target, Low Damage, Medium Tower. Mal schauen was der kann. Sieht aus wie so ein Defrippelator oder wie man das nennt. So, 10 Tower können wir. Und 10 Minen. Gut, guck mal. Die gehen so hinlang, alles klar. Äh, Games are preparing to attack again. Die Infektionen sozusagen. Ja gut, schauen wir sie den mal an. Schauen wir was er kann. Das hört sich an. Schauen wir sie den mal an. Schauen wir was er kann. Das ist ein Elektro Tower. Der ist cool. Das ist echt cool. Und das ist ein Slow Tower. Dann würde ich sagen, hier gehen wir mal in den Slow Tower hin. So, dann müssen wir ein bisschen mit Minen arbeiten. Der muss das hier weg. Wir brauchen Geld. So, einmal noch. Und dann... So, jetzt kann er die hier fisten. Ich würde noch einen zweiten hier brauchen. Äh... Wäre gut, wenn er die hier auch ein bisschen fistet. Mager nicht. Gut, machen wir das so. Wow, die halten aber aus. So, komm. Gib's dem. Wir nehmen das extra Geld hier mit. So. Machen wir so. 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 Passt du da ein bisschen was, aber... Es geht derzeit nicht anders. Gut, wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten hier einen Zwetten nehmen. So machen wir das. Genau, so machen wir das. So, den haben wir auch erwischt. Jetzt müssen wir die hier nur loswerden. Okay. Okay. Jo, hat hinkaut. Ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit, weil ich möchte das da jetzt endlich haben. So, und den da hinten, den kriegen wir eh nicht. Was ist mit dem? Okay. Das passt. Äh... Einen zweiten Slow Tower nehmen wir noch. Den Rest machen die hier. Das ist kein Problem. Ähm... Ich könnte den hier nehmen. Der kann die drei hier platt machen. Und dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Geld wenigstens, ne? So, hier hinten nehme ich nur Minen. Denn, falls was durchgeht, rennt das automatisch auf die Minen. Okay, denke ich. So, und die vorn, die werden schon drauf gehen, sagen wir mal. Auch so ein bisschen ein unguter Level, aber okay. So, und das da. Okay. 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 Ja, das sind schon einige hier. Ich kann mal ein bisschen nachholfen hier. Mit Minen. So, den da. Dann noch einen Defi. Dann können wir schon neue nehmen inzwischen. So, die müssen wir ein bisschen mit Minen hier stoppen. Das haut auch hin. In Chat lässt sich hier diese Gegner. Und wieder ins Dinger. Hier noch einen. So, die kriegen wir schon platt, Leute. Das ist kein Problem. Der ist auch dort. So, hier haben wir auch wieder was. Der geht sich nicht aus, okay. Aber wir können den da angreifen. Ich nehme schon mal die nächste Wade. Zack, zack, zack. So, nehmen wir hier noch einen. So, das passt schon. Nehmen wir hier noch ein paar Minen. Und, jo, jetzt müssen wir halt warten, bis wir das geschafft haben. Da wird jetzt nichts mehr passieren, denke mal. Das sollten wir ohne Probleme aufhalten. So, wie viel dauern wir? 2, 4, 6, 8, 10, glaube ich. So, wir können die Slow Tower da, glaube ich, upgraden. Ich glaube, das haben wir gemacht. Oder? Ne, haben wir nicht gemacht. Scheiße. Haben wir migriert. Ein paar Minen da noch hin. Ups. Ist ungut, dass man das ziehen muss, dass er dem Auszeiger das nicht hält. So, von den Fallen her haben wir jetzt das Maximum an Minen erreicht. Aber, da wird hier nichts mehr durchkommen, denke ich. Wir haben hier ein super Damage. Das läuft. Zack, zack. So, diese paar Zillen hier abschlachten. Und die nächste Wave kann auch schon rein. Oh. Das ist übersehen fast. Jo, wir haben eine super Def hier. Da pisst uns keiner ans Bein. Da gibt es ordentlich aufs Maul. Ungut, dass man das immer extra hier nehmen muss. Das ist echt lästig, muss ich sagen. Tjum, tjum, tjum. Wenn man das immer anklicken muss, das ist nur eine blöde Klickerei. Das ist ein bisschen ungute. Also, das hätten sie ruhig automatisieren können. Weil, wer will denn dauernd rumklicken wie ein blöder? Das ist ja echt lästig einfach. So. Schwere Gegner hier. Können gleich mal in die Minen reinlatschen. Boom. So. Neue Minen. Kein Problem soweit. Da kommen grausliche, fette Bazillne. Ein bisschen gschett, fette. Aber, fallen auch schön um, so wie sie das gehört. So, das haben wir exzellent gemacht. Ich hoffe, wir kriegen hier schon die drei Sterne. Ich denke schon, das müsste ich hinhauen. Gib mir drei Sterne. Jawohl. So, dann gehen wir wieder ins Menü. Schauen wir uns ein bisschen rum. Wir sind in der Zwölfer. Neues gibt es hier nichts. Da sieht man, welche Tower man kriegt. Kann man die hier im Menü... Ja, den haben wir schon auf Max. Wie schaut es jetzt mit dir aus? Da brauche ich 300 jetzt. Boah. Preise haben die. So schlecht finde ich den Elektro-Tower nicht. Aber naja. Hier gibt es viel zum kaputt machen, sage ich mal. Ja, wir haben wenig Bauplatz. Da muss man ein bisschen ranklotzen. Das muss möglichst schnell gehen. So. Na komm. Was ist das jetzt? Hä? Nee, 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 nee. Geld brauchen wir kein eins. So, das lasse ich mal vorerst. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Ich werde nicht die nächste Wave rauslassen, sodass der die schön bearbeiten kann hier. Ja, das wird jetzt ein bisschen knapp schon. So, wir haben's. So, du gehst jetzt bitte auf Tester. Mal upgraden. Jetzt kannst du richtig reinpfeffern. Jetzt machen wir uns schön Platz. Auf die. Auf die! Boah, ich leg hier mal Minen, denn sicher ist sicher. So, auf das da. Jawohl. So, das haben wir. Dass ihr ein bisschen mehr Platz hier habt. Da geben wir dann gleich noch einen. Und, ach, dass das immer kommt, dieses Kaufsymbol, dieses lästige. Das braucht doch keiner. So, du gehst auf das. Oder ihr beide. Mach das platt hier. So, jetzt wieder auf den. Auf den, auf den, auf den, auf den! Oh, mach die platt. Jawohl. Schild muss auch weg. So, das haut zu weit hin hier. So, ich lasse mir jetzt mit der nächsten Wave noch Zeit, weil dann können wir das hier gemütlich hier abfarmen, sozusagen. So, gleich haben wir genug hier, dass wir den auch upgraden können. Jawohl. So. Dann nehmen wir nur ein paar Minen, denn sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht, dass die Pisser hier durchgehen. Falls mal doch was schnell unterwegs ist, sage ich mal, dass wir es aufhalten können. So, den auch weg. Lassen wir uns noch Zeit mit der nächsten Wave, dann können wir das hier schön machen. So, haben wir einen zweiten noch. Jawohl. So, dann habe ich Bauplatz nämlich. Dann können wir den hier schnell upgraden. Dann machen wir hier noch einen Dreier. Jo, so weit haut das hin hier. Nein, ich verkaufe den. Oh. Also die Steuerung ist ein bisschen beschissen hier mit diesem Anklicken. Das ist ein bisschen Nervtöten, aber sonst geht es eigentlich. Klickerei ist halt ein bisschen Nervtöten hier, aber das kriegt man auch hin mit der Zeit. So, dann haben wir jetzt hier schön Platz gemacht. Das haben wir hier vernichtet. Können wir das noch nehmen. Jawohl, haut da hin. Und jetzt das noch. Ah, das noch. Da kommt ihr nicht hin wahrscheinlich. Oder doch, der eine kommt da hin. So, da brauche ich hier noch gleich einen Slower. Genau. Das haben wir auch. Einen Elektro-Fuzzi. Noch ein paar von denen hier. Das sind nämlich nicht so schlecht. 15 Waves haben wir, sehe ich gerade. Aber es sollte gut machbar sein. So, jetzt haben wir schon eine gute Verteidigung hier. Jetzt läuft es. Jawohl, läuft richtig. Schade, dass man es schneller stellen kann. Das wäre wünschenswert. So, wir können den nächsten schon mal reinlassen. Dann kriege ich ein bisschen was. Dann kann man bald upgraden. Hier ein bisschen braucht man nur Kohle. Diese Sammlerei ist echt lästig. Oh, so wird er so ein Boss hier. Aber gut, der kriegt schnell in die Fresse. Und dann lassen wir den nächsten da runter. Absolut kein Problem. So, Upgrade. Jawohl, das boah hier. Wunderbar läuft es. Ein schöner Deathhammer. Äh, der slot nicht wirklich. Das ist blöd. Der steht anscheinend beschissen. Dann wären wir den da oben und da unten. Dann machen wir das anders. Jum, jum, jum. Hier einen und hier einen. Und in der Mitte noch so ein Attack Tower. So haut das besser hin hier. Dann sind die schön geslot. So, den werden wir auch gleich sehen. Okay, Upgraden hier. Speedig unterwegs hier. Sie kriegen ordentlich auf die Nudel. So. Nächste Wave. Wave 14. Ich muss den hier nur upgraden. So, die letzte Wave. Wave 15 einmal. Ich muss den hier upgraden. Hau da auch noch mal mehr rein. Der kriegt jetzt gleich die volle Portion hier. Jawohl, läuft. Wieso werden die nicht geslöpft? Ähm. Komische Sache. Slow-Toner Upgraden. Den da oben auch, falls es nur nötig ist. Aber ich glaube, wir haben es geschafft jetzt. Der ist auf dem Axe. Der da hinten. Den kann ich gar nicht anwählen. Naja, die Steuerung ist ein bisschen blöd hier. Aber okay. Drei Sterne bitte ich mir. Bitte danke. Jawohl. So. Wir haben unsere drei Sternchen. Und wir gehen in die Mission 13. So. Ähm. Ja, wir sollen upgraden, sagen sie. Ja. Ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. My Slow-Tower hier hin. Dann Schuss-Tower. Schwierig, schwierig. Ich glaube, wir brauchen mehr Tower. Das ist ein bisschen ungut hier. Aber eine sehr kleine Range hier. Der gibt sie. Aber wir werden die Elektro-Tower jetzt nehmen. Ich glaube, das ist gut. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker-Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss. Du bist zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018